Der neue Bankencrash hat gerade erst angefangen und die nächsten zwei großen Zeitbomben lauern in den Gewerbeimmobilien und in den Firmenkrediten. Die Banker versuchen das Ganze noch schön zu reden, aber die Risikokennzahlen werden immer deutlicher. Die ersten Zentralbanken reden jetzt auch Klartext und warnen vor einem massiven Dominoeffekt. Alle Details in diesem Video, los geht's! In den letzten drei Wochen gab es ja die zweitgrößte US-Bankenpleite, die es jemals gab und auch die drittgrößte US-Bankenpleite, die es jemals gab. Außerdem ist in der Schweiz die Credit Suisse pleite gegangen. Das war ja die zweitgrößte Bank der ganzen Schweiz. Und jetzt gibt es natürlich viele Banker und vor allem Politiker, die versuchen zu beruhigen und sagen, jetzt ist alles wieder vorbei und unser Bankensystem ist sicher. Olaf Scholz hält unser Bankensystem für sehr gut aufgestellt und Finanzminister Lindner sagt, das deutsche Kreditwesen ist stabil. Ich denke aber, die beiden sagen nicht die Wahrheit. Aber was sollen sie denn auch anderes machen? Sie können ja gar nichts anderes sagen, ohne das Bankensystem dann zu destabilisieren. Und zwar selbst, wenn sie dafür lügen müssen. Man muss nämlich wissen, der allerwichtigste Faktor für ein funktionierendes Finanz- und Bankensystem ist einfach das Vertrauen in dieses System. Und wenn das Vertrauen einmal weg ist, dann gibt es einen großen Bankrun und dann berichtet das ganze Bankensystem zusammen. Das konnte man jetzt sehr gut bei der Signature Bank in den USA sehen, weil eigentlich lief die Bank mehr oder weniger gut. Aber durch den Zusammenbruch einer anderen Bank, der Silicon Valley Bank, haben die Kunden der Signature Bank ebenfalls das Vertrauen verloren. Dann kam es zu einem Bankrun, weil die Leute ihr Geld in Sicherheit bringen wollten und dadurch ist dann auch die Signature Bank zusammengebrochen. Es ist also völlig egal, ob es einer Bank gut geht und ob sie perfekt wirtschaftet. Wenn es einen Bankrun gibt, dann bricht selbst die stabilste Bank zusammen. Da kann man machen, was man will. Und deswegen ist, wie gesagt, das Vertrauen einfach das A und O. Und deswegen sagen die Politiker immer, wirklich immer, dass alles rosa-rot ist, egal wie schlimm die Lage in Wirklichkeit ist. Das hat man ja zum Beispiel auch bei der Credit Suisse gesehen, wo man gesagt hat, die Credit Suisse ist stabil. Dann brauchte sie diese 53 Milliarden Franken als Finanzspritze. Und dann haben sie gesagt, aber jetzt ist die Bank stabil. Ja, zwei Tage später, wo sie denn zwangseigend ging, an die UBS. Und das bringt uns einfach zum jetzigen großen Problem, weil aktuell ist eben nicht alles rosa-rot. Und das war es auch schon im letzten Jahr nicht. Bereits 2022 gab es nämlich in den USA einen großen Anstieg von Misstrauen zwischen den Banken in den USA. Und die Zinsen, die sich die Banken untereinander leihen, die sind einfach massiv gestiegen. Und das führte zu großen Liquiditätsengpässen mit massiven Folgeproblemen. Und dieses Problem wurde nur behoben durch einen Eingriff der Zentralbank. Des Weiteren knallte es auch in Großbritannien, wo ja die neue Premierministerin Truss einen etwas anderen Kurs als die Bank of England fahren wollte. Und danach sind halt erstmal die Anleihen, die Rentenkasse und die Pensionsfonds abgestürzt. Und deswegen musste die Bank of England einschreiten und alles retten, weil ansonsten wäre nämlich die Hälfte der britischen Renten verloren gegangen. Kurz darauf hat Truss dann auch ihren Job verloren als Premierministerin und war damit die kürzeste Premierministerin in Amtszeit von England. Und außerdem gab es auch letztes Jahr massive Probleme im internationalen Geldverkehr zwischen der Schweiz und den USA. Und das hat natürlich den Kurs des Schweizer Frankens und auch den Außenhandel der Schweiz massiv geschadet. Und auch hier musste dann die Schweizer Nationalbank und auch die FED eingreifen. Du kannst also sehen, auch schon vor den aktuellen Bankproblemen, jetzt von der Silicon Valley Bank und der Kürzlis, ging es wirklich heiß her. Es wurde einfach nur kaum darüber berichtet. Vor allen Dingen bei uns in Deutschland schon gar nicht. Und damals bei der Finanzkrise 2008 in den USA war es genauso. Weil da ist nicht alles plötzlich 2018, von heute auf morgen passiert, sondern 2006 und 2007 ist eine ganze Menge im Vorfeld geführt, was den Dominoeffekte ausgelöst hat und was am Ende zum Zusammenbruch geführt hat. Und deswegen ist es jetzt einfach umso wichtiger, dass wir uns nicht von den öffentlichen Medien und von den Politikern täuschen lassen und dass wir ganz genau hinschauen. Und meine lieben Zuschauer, diese Bankenkrise, die wir jetzt haben, die ist noch lange nicht zu Ende. Blugenberg berichtete zum Beispiel gestern, die Bank of England hat davor gewarnt, dass die nächste Krise an den Finanzmärkten durch Unternehmenskredite ausgelöst werden könnte, nachdem die private Verschuldung in den letzten zehn Jahren massiv gestiegen ist. Die risikoreichere Kreditaufnahme von Unternehmen einschließlich hochverzinslicher Anleihen, fremdfinanzielle Darlehen und private Kredite ist besonders anfällig bei Zinserhöhungen. Und eine erhöhte geopolitische Risiko erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich finanzielle Anfälligkeiten herauskristallisieren. Und das Wall Street Journal schrieb gestern, Schulden bei Gewerbeimmobilien bereiten den Banken mehr Sorgen. Eine große Anzahl von Büroausfällen könnte die Banken dazu zwingen, den Wert dieser und anderer Kredite zu senken. Und auch die deutschen Wirtschaftsnachrichten schlugen gestern in dieselbe Kerbe. Gewerbeimmobilienrisiken hoch auf der Sorgen ist in der Banken. Wie hoch ist das Risiko, dass US-Gewerbeimmobilien-Sitzer ihre Kredite dieses Jahr nicht zurückbezahlen? Was wäre der Knock-on-Effekt für Investoren im deutschen Bankensektor? Wir haben hier also ganz große Probleme in den Bereichen der Firmenkredite auf der einen Seite und auf der zweiten Seite im Bereich der Gewerbeimmobilien. Und wenn die hochgehen, diese Risiken, dann haben wir wirklich ein riesiges Finanzbeben. Weil diese Kredite liegen ja hauptsächlich bei kleineren, aber auch bei mittleren Banken. Fangen wir mal bei dem Thema Gewerbeimmobilien an. In den USA laufen dieses Jahr eine ganze Menge an Hypotheken aus für die Gewerbeimmobilien. Und diese müssen dann natürlich refinanziert werden. Aber mittlerweile hat sich der Zins in den USA mehr als verdreifacht. Also viele Leute können es einfach nicht mehr leisten, die zu refinanzieren. Sie können sich aber auch nicht leisten, die einfach abzuzahlen. Da kann es also mächtig krachen. Und die kleinen Banken in den USA halten ungefähr 2,3 Billionen US-Dollar an gewerblichen Immobilienkrediten, einschließlich von Hypotheken für Mietwohnungen. Und das sind fast 80 Prozent der von den Banken gehaltenen gewerblichen Hypotheken. Und Bloomberg schrieb bereits im Januar, also vor zwei Monaten, globaler Immobilienmarkt steht vor einer 175 Milliarden Dollar Schuldenspirale. Der Einbruch der weltweit größten Anlageklasse hat sich vom Immobilienmarkt auf Gewerbeimmobilien ausgeweitet und droht in der gesamten Wirtschaft eine Welle von Kreditturbulenzen auszulösen. Den vom Bloomberg zusammengestellten Datensivfolge sind Immobilienkredite in Höhe von fast 175 Milliarden US-Dollar bereits notleidend. Also die können jetzt schon nicht zurückgezahlt werden und fallen aus. Also etwa viermal so hoch wie die der nächstgrößeren Branche. Als Folge der höheren Zinsen und dem Ende des billigen Geldes sind viele Immobilienmärkte fast eingefroren und einige Kreditgeber fordern Kreditnehmer auf, Vermögenswerte zwangs zu verkaufen oder eine Zwangsvollstreckung zu riskieren, da sie von Vermietern zusätzliches Kapital verlangen. Und hier hat Bloomberg noch eine kleine Grafik angehangen von den ganzen Krediten in den USA, die jetzt schon notleidend sind, also Kredite, die jetzt schon ausgefallen sind. Und Real Estate ist dort ganz vorne mit dabei, Immobilien mit 175 Billionen. Danach kommen Software & Services, Retail, Health, Pharmaceuticals und so weiter und so fort. Also das sind nicht nur die vergebenen Kredite, sondern die jetzt schon notleidend sind. Also das ist wirklich ein ganz großes Problem. Und warum gerade die Gewerbeimmobilien? Das liegt einfach zum großen Teil an der gesellschaftlichen Entwicklung, die wir jetzt ja auch mit Corona und mit dem Homeoffice gehabt haben. Während der Corona-Zeit wurden natürlich viele Menschen ins Homeoffice geschickt. Und das hat sich so gut bewährt, dass die Firmen, die Menschen einfach gesagt haben, ihr könnt weiter im Homeoffice bleiben. Und dann brauchen wir jetzt die ganzen Büros nicht mehr. Wir brauchen die Gewerbeimmobilien nicht mehr. Und demzufolge haben denen einfach ihre Verträge gekündigt. Und demzufolge haben wir jetzt extrem viel Leerstand in den ganzen Bürogebäuden. Und wenn man natürlich Leerstand hat, also keine Mieteinnahmen haben, dann können natürlich die Vermieter auch ihre Kredite nicht mehr bezahlen. Und deswegen hat man jetzt schon diese riesengroße Menge an notleidenden Krediten, die uns demnächst um die Ohren fliegen werden. Man kann also an dieser Stelle zusammengefasst sagen, dass durch die massiv gestiegenen Zinsen der Zentralbanken und damit auch die massiv gestiegenen Bauzinsen wir einfach große Probleme bekommen. Vor allen Dingen in den USA, da es dort ja nur sehr, sehr wenige Kredite mit festen Zinsbindungen gibt, wie zum Beispiel bei uns in Deutschland, wo man sagt, man schreibt die Zinsen auf fünf Jahre fest, 10, 15 oder sogar komplett. Dort gibt es nämlich in den USA sehr viele Variable-Darlehen. Das heißt, jedes Jahr werden die Zinsen einfach komplett neu festgeschrieben und die Kredite werden neu berechnet. Und da die Zinsen aber im letzten Jahr massiv gestiegen sind, sind natürlich auch die Kreditraten massiv gestiegen. Und wenn die Kreditrate massiv steigt, aber deine Einkünfte wegbrechen, weil keiner mehr Büros braucht, dann hast du natürlich ein massives Problem. Und das Datenunternehmen Trepp sagt, dass 2023, also dieses Jahr, entscheidend sein wird. Rund 270 Milliarden US-Dollar an gewerblichen Hypotheken im Besitz von US-Banken werden dieses Jahr auslaufen. Also die höchste Zahl, die jemals verzeichnet wurde. Und viele Kreditnehmer in den USA können sich aber die höheren Zinsen nicht leisten und sie können die Kredite aber auch nicht zurückzahlen. Und deswegen wird es sehr viele Kreditausfälle geben. Die Banken müssen dann große Abschreibungen in ihren Bilanzen vornehmen und damit wird sich das auch negativ auf die finanzielle Stabilitäten der Banken auswirken. Tja, und dann können wir genau das gleiche Spiel sehen, wie wir es jetzt kürzlich bei der Pleite der Silicon Valley Bank gesehen haben. Das sorgt nämlich für einen sehr großen Vertrauensverlust in die Bank und dann wird es höchstwahrscheinlich weitere Bank-Runs geben und danach die nächsten Banken unkippen. Nur mit einem großen Unterschied. Diesmal fallen halt nicht nur die Banken aus, sondern ja auch die ganzen Investoren und die ganzen Firmen, die vorher die Immobilienkredite auch nicht zahlen konnten. Also da hängen auch ganze Arbeitsplätze dran. Also, die Gewerbeimmobilien war jetzt mal das erste große Risiko. Und damit kommen wir jetzt zum zweiten großen Risiko und zwar zu den Firmenkrediten. Die Bank of England hat ja vor kurzem ihre offizielle Einschätzung zur aktuellen Lage an den Finanzmärkten rausgegeben. Und auch sie sagen, dass die Finanzmärkte durch die raschen Zinserhöhungen mächtig ins Wanken geraten sind. Und eigentlich war das doch auch vollkommen klar. Man musste sich einfach bei den Zentralbanken für ein Übel entscheiden. Man sagt ja sehr oft, also die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder erhöht man die Zinsen und bekämpft damit die Inflation oder man lässt die Zinsen tief und rettet damit die Firmen und die Wirtschaft. Tja, wie sich die Notenbanken entschieden haben, hat man gesehen, die Zinsen gingen hoch und jetzt haben wir viele Probleme bei den Unternehmenskrediten. Und Bloomberg schreibt dazu, bereits im vergangenen Herbst konnte der Ausverkauf von Vermögenswerten durch Liability-Driven-Investment-Strategien nur durch eine Intervention der Bank of England im Höhe von 20 Milliarden Pfund verhindern werden, die zu einer Todesspirale geführt hätte. Während die Bank of England betonte, dass das britische Kernbankensystem gut kapitalisiert sei und die über eine hohe Liquidität verfügte, warnte sie aber, dass die Risiken im Nicht-Banken-Finanzbereich zunehmen und die Risiken für die Finanzstabilität im Vereinigten Königreich darstellen konnten. Hier wird also von den sogenannten Hedgefonds und von den privaten Kreditmärkten gesprochen, also den sogenannten Schattenbanken. Und die weltweiten Märkte für hochverzündliche Anleihen, fremdfinanzierte Kredite und Privatkredite haben sich in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt, wobei sich die Privatkredite im gleichen Zeitraum verdreifacht haben. Allein der Bestand an fremdfinanzierten Krediten in der USA belief sich Ende 2022 auf 3,5 Billionen Dollar. Anzeichen von Stress auf diesen Märkten könnten einer raschen Neubewertung der Risiko durch die Anleger führen, was möglicherweise zu drastischen Neubewertungen führen könnte, sagt die Bank of England. Und Neubewertungen könnten nicht Banken wie globale offene Fonds, Pensionsfonds, Versicherer und Hedgefonds treffen, die zu Notverkäufen gezwungen sein könnten, die durch die Verluste im gesamten System verstärkt werden. Und diese Risiken könnten sich auf die britischen Geschäftsbanken überschwappen, die großes Engagement in fremdfinanzierten Krediten haben. Also, ich versuche das Ganze mal in einfaches Deutsch zu übersetzen. Nach der Finanzkrise 2008 haben alle Staaten viel striktere und härtere Regularien für den Bankensektor festgelegt, um einfach eine neue Finanzkrise wie 2008 zu verhindern. Aber diese Regularien gelten eben nicht, beziehungsweise nur sehr begrenzt, für private Kreditgeber, für P2P-Kredite und auch für Hedgefonds, also die sogenannten Schattenbanken. Und diese Schattenbanken mussten sich also nicht an die sehr strengen neuen Vergaberegeln der normalen Banken halten und konnten deswegen wieder Kredite an schlechte Kunden vergeben. Also genauso wie 2008, ja, Kredite mit hohen Renditen, aber auch mit einer sehr hohen Ausfallwahrscheinlichkeit, also Schrottkredite. Und auch genau wie 2008 hat man diese Kredite dann wieder gebündelt und aufgehübscht und an die normalen Geschäftsbanken weiterverkauft. Und die Anzahl der Kredite von diesen Schattenbanken hat sich, wie gesagt, in den letzten zehn Jahren verdreifacht und steht in den USA bei 3,5 Billionen Dollar. Tja, und das ging eine ganze Weile gut und sowohl die Schattenbanken als auch die normalen Geschäftsbanken haben damit gut Geld verdient und alle waren happy. Aber jetzt sind die Zinsen einfach massiv gestiegen und viele von diesen Schrottkrediten drohen einfach auszufallen, weil die Kreditnehmer ja oft eine schlechte Bonität haben und sich die höheren Zinsen einfach nicht leisten können. Und wenn diese Kredite ausfallen, dann bekommen zuerst die Schattenbanken Probleme und danach bekommen halt die Geschäftsbanken Probleme und dann die jeweiligen Staaten. Also zusammengefasst haben wir hier eigentlich das gleiche Problem wie 2008, nur diesmal sind es keine Schrottkredite von Immobilien, sondern von Firmen. Allerdings haben wir jetzt einen riesengroßen Unterschied zu 2008. Und zwar das Vertrauen in den gesamten Finanzsektor ist viel geringer als noch 2008. Das haben wir jetzt ja bei den ersten Bankruns schon deutlich gesehen. Und außerdem haben wir zusätzlich ja noch die eben angesprochene Probleme bei den Gewerbeimmobilien. Und wir haben auch noch große Inflation und hohe Schuldenberge. Und ach ja, zeitgleich haben wir ja auch noch eine Migrationskrise, eine Klimakrise und ein Krieg in Europa. Also die aktuelle Lage ist einfach viel toxischer als damals. Und ich bin jetzt wirklich sehr, sehr gespannt, wie die Politiker und die Banken das diesmal wieder in Ordnung bringen wird. Und da ist noch die Frage, was denkst du denn darüber? Sehen wir jetzt einen größeren Bankencrash als 2008 oder wird das Ganze im Sande verlaufen? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare unter dem Video. Ich bin sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast.